Ich denke, wir haben mehrere Studien zu dem Thema gemacht. Der wichtigste Trend ist wirklich, und das ist konsistent über alle Länder, ist, dass die Covid-19, die Pandemie, die digitale Transformation sehr, sehr stark beschleunigt hat. In Deutschland im Schnitt um 7,2 Jahre. Daraus ergibt sich auch, dass digitales Kundenengagement für Unternehmen überlebenswichtig ist. Das ist auch von den meisten Unternehmen bestätigt und erkannt worden, wobei natürlich auch gesehen wird, dass man die Zukunft dort positiv sieht, was ich persönlich sehr gut finde. Eine andere Sache, die natürlich dabei rausgekommen ist, dass diese Hyperpersonalisierung, das heißt, dass ich wirklich maßgeschneiderte Kundenjourneys habe, dass das immer wichtiger wird und dazu werden auch immer neue Kommunikationskanäle erschlossen. Letztendlich ist Engage eine Data Up Growth Automation Plattform. Das heißt, wir kombinieren Technologien, die wir über die Akquisition von Segment haben, Customer Data Platform, mit Technologien, die wir im Portfolio haben, zum Beispiel Kommunikationskanäle. Worum geht es dabei? Im Prinzip Kunden sehr, sehr genau zu verstehen und hyperfokussierte Kampagnen bauen zu können, weil das ist generell das Problem, wenn ich was baue, sind die Daten meistens nicht sehr gut. Ich mache Marketing Spaghetti, ich baue eine Kampagne, werfe die Sachen an die Wand und schaue, was haften bleibt. Deswegen sind beispielsweise auch die digitalen Riesen so erfolgreich, weil sie einfach die richtige Datenbasis haben, diese richtig kombinieren und hier bieten wir die Möglichkeit, das auch natürlich einem breiteren Kundenspektrum zur Verfügung zu stellen und ihre eigenen hyperfokussierten Kampagnen für Kunden bauen zu können, ohne dass sie diese, soll ich sagen, Digitalsteuer an andere Anbieter zahlen müssen, um deren Plattform nutzen zu können. Trilio Engage natürlich, aber das hatten wir ja gerade. Für mich persönlich sehr interessant ist das Produkt Trilio Intelligence for Voice. Das gibt entsprechend die Möglichkeit, sehr, sehr gute Einsichten in die Konversationen zu bekommen. Wir können bislang natürlich schon sehr gut mit den verschiedensten Systemen integrieren und dort natürlich Transkriptionen, andere Dinge machen. Hier verwenden wir wirklich unsere eigene IT, um das zu machen, um verstehen zu können, was läuft über alle Konversationen. Wir können entsprechend damit Sprache aktionabel machen. Das heißt, wir schauen, wir suchen nach Schlüsselwörtern, wir suchen nach Triggern, können dort entsprechend reagieren im Bereich Compliance beispielsweise, im Bereich unzufriedener Kunden, können danach automatisieren, also APIs aufrufen oder natürlich einen Agent während eines Gesprächs sehr gut dabei helfen, den bestmöglichen Service zu liefern. Damit einhergehend sind viele Änderungen, die wir im Bereich Flex, unserem programmierbaren Contact Center System gemacht haben. Wir haben ein neues UI, wir haben sogenannte Flex Tensions für Kunden, die eine schnelle Lösung haben wollen, ohne viel programmieren zu müssen. Das bindet unser Partnernetzwerk ein und zudem kommt noch Flex One dazu, mit dem wir ein integriertes API haben, wo man im Prinzip jeden Kommunikationskanal integrieren kann. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.